Umstellung vom Sommerbetrieb, also reiner Warmwasserbetrieb, auf Heizbetrieb mit Warmwasserbetrieb. Drücken wir hier auf Info. Dann sehen wir hier, aktiv ist der Warmwasserbetrieb. Dann gehen wir hier auf Mode. Dann sagen wir hier Betriebsauswahl. Edit Warmwasserbetrieb aktiv. Das sehen wir da. Jetzt wollen wir den Heizbetrieb aktiv schalten. Das nicht. Das auch nicht. Standby auch nicht. Heizprogramm 1 und um. Oder auch Heizprogramm 2 und um. Jetzt sehen wir, jetzt habe ich den Heizbetrieb 1 aktiviert. Ich zie steigen an, danke.